Was ist das, was ich jetzt gemacht habe? Du hast es gut gemacht. Du bist so großartig geworden. Du bist so großartig geworden. Ja, dann gehen wir weiter. Wir haben nichts wirklich verpasst. Du hast es verpasst. Was? Ein Album ist in die Hand. Das ist ein Haube, Kirito. Ich schätze mal, wenn wir alle haben, geht's weiter. Jetzt muss ich aber echt meine Aufnahme bekommen ziemlich gut im Auge behalten, weil es mich schon gewundert hat, weshalb es einfach nicht mehr aufgenommen hat. Ich kann mir aber langsam denken, wieso? Ich muss wahrscheinlich mal die Festplatte wieder ein paar Videos löschen. Ich habe ja schon seit Anfangs Assassin's Creed Syndicate nichts mehr gelöscht. Und dann sind schon eh wieder über 60 Videos raus, glaube ich, jetzt schon wieder. Also mit Assassin's Creed Syndicate sind wir ja schon bis 26. Dann hatte ich ja noch Sachen, die ich nebenbei aufgenommen habe. Yu-Gi-Oh! Etc. Sind auch mindestens 15. Dann SRO ist ja schon über die 20. Pokémon, ja bestimmt 60 Videos. Die fressen alten Speicher. ... Ah. Der Typ da oben interessiert mich gar nicht. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Dungeon, dass wir jetzt eigentlich die letzte sechste Kugel dann noch haben. Uh! Rechts oder links oder geradeaus. Da ist nämlich ein Schalter. Oh, ein Kreis. Hallo, Kreis. Oh, das ist so. Nein, 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 nein. Nein, Spaß. Du hältst mir Trüten, Erz. Und hier muss ich die Gegner besinken. Kommt das auch mal wieder vor? Hui. Okay, einer ist da. Und der Rest macht Rain selbst. Cool. Okay. Oh, was hat denn der für ein Status? Okay. Okay, Landenkristall. Stimmt, die Quest habe ich ja fertig. Muss ich unbedingt noch in die Stadt dann nachher gleich die Questen erledigen. Dass ich eine neue aufnehmen kann. Eine eher unspektakuläre Dungeon, muss ich mal erwähnen. Das heißt, ich muss den Godom hier besiegen. Hätte ja reichen. Hätte ja reichen. Oh, wieder nach draußen. Also wieder so ein fucking Drache. Nur wieder eine andere Farbe, wieder in der Luft. Habe ich recht? Ah, oder der Spacko in eine andere Farbe. Boah, so sieht er besser aus. Recycled auf Recycled. Ich bin echt enttäuscht. Ohne Wette, ich bin zu dermaßen enttäuscht. Wie ich schon gar keinen Bock mehr habe. Der hat mir, dieser Boss hat eh schon so viele Nerven gekostet. Nur das zweite Mal. Also wobei im Letztplayer ja nicht. Aber ich habe ja wie gesagt vergessen zu speichern. Und durfte dann das nochmal von vorne machen. Und ich spöre euch, der wird dann echt auf die Eile. Weil der so viel Abwehr hat. Und er zieht auch nicht schlecht ab. Und deswegen ist das dann eher ein nerfiger Bosskampf. Buh, immerhin die erste Lebensamtzeige haben wir abgezogen. Na ja, jetzt echt auf den Endgick mal gespann. Ist bestimmt nur noch so einer. Nur bunt. Oder alle Besser auf einmal. Könnte ich mir genau so vorstellen. Rain hat Schmerzgeld sterben. Peter anzulon, der Inter po. Ach, das ist das dann gebührt. Nein, 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 nein. Oh, das Geld! Doppelklinge mit dem Kirito hat 255 erreicht. Nicht schlecht. Gute. 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 jetzt gibt es Kannst du jetzt mal sterben? Okay, viel Leben hat er jetzt wirklich nicht mehr. Aber gerade dann wird er nur ein bisschen zu gefährlich. Ja, nach deiner Attacke ist Moray. Okay. So. Splashmooove. Kateran Komm Ja geht doch So ein Mistviecher Ja so herr Er macht es Ich habe dich Ich habe mich Ihre Mäusche Ich habe mich ein Gerät Nein, dann sehen wir uns noch einen Befesten Das ist ein R.P.G. mit R.P.G., oder? Wir sind immer gut, Kirito-kun. Okay. So, jetzt müssen wir wieder in die Ice Dungeon. Oder ich gehe zuerst mal in die Stadt. Ich gehe definitiv zuerst in die Stadt. Okay, nichts. Nämlich Crest abgeben. Das mit den Flammen. Kristall oder Kugel oder was das war. Das haben wir ja auf jeden Fall beendet. Oh, sogar zwei. Okay. Wächter, Scharfschütze, Brunenritter. Okay, passt. Dann natürlich mal kurz noch da rein. Ich habe wieder so viele Sachen in mich gefunden. Okay. So. Mal gucken, ob es eine neue Waffe für Kirito dabei ist. Aha. Dunkle Schnitter. Das ist schon interessant, muss ich sagen. Wo ist der dunkle Schnitter? Wo ist der dunkle Schnitter? Macht es nur um 25% einen Unterschied. Aha. Ein Wunder für eine erhöhte maximale Leben. Aber der gibt mir noch plus 50% Abwehr. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ach so. Fährt mal grad auf. Kriegt mir ja jetzt wieder nix mehr. Nee. Okay. Okay. Erstmal hat nix neues. Aber ich habe ein neues Schiff. Ja, genau. Wie sieht es bei dir aus? Hä. Ist auch irgendwie doof. Ist auch irgendwie doof. Wie sieht es bei Skills aus? Kann ich jetzt was neues? Nein, noch nicht. Der Gift just bringt es mir nämlich gar nicht. Fällt mal weiter ein. Deswegen waren wir jetzt schnell dran. Ich bin da. Ich bin da. So. Oisland. Es leuchtet wahrscheinlich sogar jetzt, oder? Weil ich alles habe. Ja. War ja klar. Nein, das wollte ich natürlich nicht, aber ich um meine Ausdauer gucken. Ah, Amerika-Stockwerk. Nicht mal eine besondere Tür war schon da, gell? Furchtbar. Er lebt ja immer noch. Ein Ausdauerkristall. Uh, drei Silberne Touren. Ein Monster ist aufgetaucht. Oh, das sind alles mit gleich. Uh, schlafen, cool. Richtig cool. Hit me baby, one more time. Ach, gerade wenn ich meine Attacke mache. Alter nerviger Skill. Ohne Witz. 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 Kamp extension k cinnamonK Kampfstil erlernen. Schnell wirke. »Lammenschlag.« Binden. Auf jeden Fall hat Kirito mal wieder ein paar Sachen erlernt. Ah jetzt komm ich. Ich glaube den werde ich für immer behalten. Asuna hat auch wieder ein paar Sachen erlernt. Ah jetzt komm. Gott sei Dank habe ich diesen Schnellzauber. Ich glaube den werde ich für immer behalten. Okay das ist mir jetzt doof. Das hat gesessen. Oh. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. Gegner Ah cool, Orolem Orolem Die habe ich auch noch als Quest Brauche ich 10 Stück, glaube ich, insgesamt Ah, die Tür hat sich ausgeöffnet Perfekt Ein Pflochkristall Okay, kein Stock wird mehr Passt Hey, geil Das wollte ich Mal, jetzt denke ich ganz schön wirkungsvoll Find ich Let's go Oh 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 ich gar nicht verfolgt der körper doch da ist okay So, let's go. Ich will jetzt, wenn's geht, noch mindestens diese Dungeon-Hit fertig machen, bevor ich den Park werde. Auch wenn's mal wieder ein langer Park wird. Aber ist mir egal. Und weh, da ist wieder was in der Aufnahme mit einem Fehler ihrer Haft. Ich schwör, dann kotz dich ab. Weil ich hab Einstellungen extra so getestet vorhin noch. Deswegen würde ich schon ziemlich kotz, wenn jetzt wieder was nicht stimmen würde. Ah, Schlaf. Okay, der ist down. Jetzt nur noch der. Egal, ich hab ihn noch getötet. Ja, ich geh den richtigen Weg. So, jetzt. Ich hab ihn noch getötet. Um so viel Zeit zu sparen wie möglich. Fällt mir aber grad ein, wie viele muss ich von diesem Bogenschütze noch umbringen? Fünf Stück. Hm. Dann machen wir das auch noch. Komm. Wenn ich mindestens diese Mission hinter mir hab. Und nochmal speedy. Das ist das auf jeden Fall nicht gleich jetzt wieder weg geht. Fünf Stück. Äh ne. Genau da lang muss ich gehen weil da ein Teleporter ist. da ist ein teleporter heißt kommt wir machen noch jetzt ein paar bogenschützen kaputt dann kann ich mir das ist die mission hier auch noch werden aber drei stück passt dann machen wir jetzt noch abwerten ok den hier können dann den hier können und da haben wir das nämlich auch erledigt dann würde ich sagen ich gehe jetzt noch schnell in die städte so crest abschließen krieg zwar immer nur bullshit muss ich leider zugeben aber hey tätschinen und automata tätschinen sind die scheiß golem ice golem jetzt gehen wir noch schnell zum speicher dass das erledigt ist und da werde ich gleich mal den part kurz noch mal abchecken hoff das alles gut ist und dann werde ich im nächsten part noch gegen den boss kämpfen da mal schauen was uns noch erwartet eigentlich sind es ja noch vier kapitel soweit ich weiß deswegen mal gucken das war's leute bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss